Wenn einer in die Mannschaft führen muss, dann bin ich es. Der kam damals als junger Spieler hoch und hat Teddy abgelöst. Er hat sich toll entwickelt und ist einfach auch ein Riesentyp. Ich mag Typen, die ehrgeizig sind, aber sie können auch schnell lachen. Die haben auch ein Lächeln auf den Lippen. Das ist mir auch wichtig in einer Mannschaft. Das gibt Energie für den Rest der Mannschaft. Der war ein Riesenschrank dahinten, er hat alles abgeräumt und an dem ist keiner vorbeigekommen. Von daher muss er natürlich da stehen wie in eins. Er konnte alles, hat die Mannschaft direkt mitgezogen. Sieger, Mentalität und Fußballreich. Ein klasse Spieler, hat Jose Dortmund weiterhin entwickelt und mit seiner Spielweise gab er neue Impulse für die Mannschaft. Guter linken Fuß, ein cleverer Spieler. Er hat immer das Spiel vor sich gehabt. Gutes Auge für die Mitspieler, aber auch für die Läufe der Gegenspieler. Er hat eine klasse Karriere gehabt. Er war rechtsläuferisch, immer unterwegs. Gute Stütze für die vorderen Leute. Diese Laufbereitschaft, die er mitgebracht hat, war für die Mannschaft ganz enorm wichtig. Auch viel, viel Energie, viel Härte hat sich nichts gefallen lassen. Und das ist wichtig in diesem Beruf, dass man immer wieder aufsteht, wenn es schwierig wird. Die Leute um sich herum mitreißen. Das hat er getan. Deswegen gehört er auch in mein Mittelfeld hinein. Da ist schon ein Junge, da tut es weh, wenn der Gegner da hingeht, wo er steht. Er muss ja dazugehören. Er hat den Verein geprägt. Durch seine Spielweise auf dem Platz hat er viele Tore gemacht aus seiner Position. Er hat die Mannschaften mitgerissen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten hat er mitgemacht. Und auch nachher hat er gute und schlechte Zeiten mitgemacht als Sportdirektor. Und jetzt ist er auch eine ganz große Dortmund-Legende. Ein lustiger Junge, dieses Gefühl von mit ihm kannst du gut umgehen, mit ihm kannst du lachen und mit ihm kannst du gut flachsen und dann auch noch spielen natürlich. Er hat ja auch wie Stefan Reuter seine Stärke. Er ist läuferisch unterwegs. Er hat alles für die Mannschaft, alles für die Leute, die im Stadion da waren oder ja da waren damals. Und seine Flankenläufe war schon ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und er würde auch in der heutigen Mannschaft hinpassen mit seiner Spielweise. Torgarant, was will man mehr? Eher Schüchtern, der Junge. Aber er hat bewiesen auf dem Platz, was für ein toller Fußballer er ist. Und wir waren nach wie an hier oben an der Eintragstase und hatten ein gutes Verhältnis. Wir haben Karten zusammengespielt im Trainingslager immer. Übrigens auch mit Bodo Schmidt und Stefan Reuter. Und ja, also eingebaute Torgarantie, als ich mit ihm gespielt habe. Und er hat von meiner Spielweise profitiert, indem ich Lücken gerissen habe. Ja, Herr Riedle auch ein sehr, sehr sympathischer Spieler. Und das ist auch wichtig an der Mannschaft. Solche Spieler, die natürlich auch oben drauf Leistung bringen, Tore machen und nach außen hin. Ich weiß, der ist immer noch bei Borussia auch noch tätig. Von daher, das sind Spieler, die Mannschaften bringen, die Punkte bringen, aber auch die Sympathie einbringen. Und das ist, er war ein Sympathieträger zu dem Zeitpunkt. Das ist er auch heute noch. Und wenn das alles so passt, dann ist er ein Spielertyp, mit dem ich gerne gespielt habe. Der Ordner Hitzfeld damals hat nicht immer nach Malen zu mir geguckt. Er hat immer öfters Schappi und Kalle aufgestellt. Aber im Nachhinein hat er wohl auch angesehen, dass das ein Fehler war. Ja, das muss ich natürlich ein. Wenn einer eine Mannschaft führen muss, dann bin ich es. Und ja, es war ein Vergnügen, mit diesen Leuten zu spielen. Und da stelle ich mich natürlich nicht außen vor und gucke da rein, da mache ich mit. Und das war immer das, was ich wollte. Ich wollte für meine Nebenleute eine Leistung machen, Läufe machen, damit wir alle letztendlich als Sieger vom Platz gehen. Und ich meine, auch in der Kabine habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, dass eine lockere Stimmung da ist. Dass wir immer kleine Späschchen haben. Und das ist eine Mannschaft, die laufen kann, die hart spielen kann, die Torgefahr aufstrahlen. Nicht ich, sondern die anderen beiden da vorne. Und von daher glaube ich, dass es eine Mannschaft, die sich sehen wird.